So die Leute, Willkommen zum Rosalina Cup! Diesen schönen Cup beginnen wir in der schönen Nie-Rosalina-Soup. Und einem rosigen, rosen Auto. Einen rosigen Taxi. Der weiß ich, ne? Ja. Los. Na komm, da ist wieder schade. Mann! Kann ich glauben. So. Kann ich nie befallen? So. Ich spiele bei diesem Cup. Nur. Den Rosalina. Dann. Dieses Postum. Was ganz besonderes ist in der Nie-Stuhe. Und dieser Cup. Ja. Rosalina Cup. Wo einfach ist das? Wo einfach ist das? W Sum. Wieso? In der Nichts zu sp Francesch. In der Nichts zu sp� One. Wieso. Wieso? 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 Aber die echte Rosaline hat wir dann verloren, wir haben verloren, unser Team besser gesagt. So jetzt kommt der Vanillesee. Dann nehmen wir mal hier unseren Besen. Oh Jaja ist ausgenommen, Jaja 18, cool. Ist jetzt Erwachsene geworden, das ist schön. Dann drücke ich immer alle Daumen, dass sie schafft. Also der Jaja. Obwohl hier Rosalina auch. Und jetzt kommt der Jaja. Was ist das, was ich noch nicht? Oh! Oh, Speed! Schöne Items... Warum zwingt irgendwie das Item auf? So! Wir haben was geschafft! Mal gucken! Jaja ist Vierter, ok. Schade. So, jetzt haben wir noch hier das... Schiep, Schiep! Schiep, Schiep! Schiep, Schiep! Bedankt! Den machen wir mit unserem... und Summer Car von Desi und... dieses Gleiter So! Guck mal, der Fisch! Ich bin mal gespannt, diese Level, alter! Auch Mario Kart Deluxe das Spiel ist auch immer geil mit ganzem Sonnen-Effekt und so und weil wir noch mal Ich würde jetzt erstmal überlegen, ob wir dieses Auto lassen sollen Was ich gerade gesehen habe Aber ich habe gesagt NEIN Wir brauchen das Geld... Wir brauchen das Geld... Ich habe hier die X4... Im Deutsch ist das Spitzendes Vorhaben... So... So schön, dass ich einen Sonnenfall an... So schön, dass ich einen Sonnenfall an... Was spielt das, Alter? Was ist das denn? Ich sage mal, ich ziehe mir das eigentlich mal auf! Okay, das war was... Das war was nützlich, ne? So... So... Wo ist Wasser? Wuuu! Und wieder Minzen So... So... Das haben wir raus geschafft! Mit Daisy... Im Rosalina-Kostüm... So... Aber... Der verrückte Mario hat wieder gewonnen... Sein Weltraum-Kostüm... Also das Team Mario hat gewonnen... Ne? Wir haben es wohl so gewonnen... Aber Team Mario hat... den Sieg gewonnen... So... Der nächste ist der Comic-Cut... Also bleibt dran... Zum magischen Comic-Cut... So...